Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wurde schon vieles gesagt und auch darüber gesprochen, aber ich möchte es auch noch mal betonen, über Deutschlands Grenzen hinweg hören wir immer wieder, wie überragend positiv unser Wirtschafts- und Forschungsstandort eingeschätzt wird und wie attraktiv sich der Wissenschaftsbereich im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe zeigt. Man zollt uns in einem hohen Maße mehr als nur Anerkennung und Respekt. Es wurde schon erwähnt, dass EFI-Gutachten, und ich zitiere es auch gerne, beachtliche Verbesserungen im Bereich der öffentlichen und privaten Forschungsausgaben bei der Positionierung deutscher Forschungseinrichtungen hinsichtlich Attraktivität und Exzellenz. Die Autoren zitieren, aber auch sehr pointiert unseren früheren Bundespräsidenten Roman Herzog mit den Worten, die Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht auf Deutschland. Und genau hier liegt unsere Aufgabe für die Zukunft. Wir haben bereits viel erreicht, darauf können wir selbstbewusst verweisen, und wir müssen uns hier nicht gegenseitig teilweise herunterreden. Darauf dürfen wir uns aber auch nicht ausruhen. Wir müssen besser werden, erst recht, weil andere Nationen dieser Welt rasch aufholen. Wir sehen, an welchen Stellen teilweise die Welt sich doch etwas schneller dreht als hier. Ich denke an manche Bereiche Gesundheits- und IT-Forschung mit den Chancen, die die Telemedizin und Digitalisierung in diesem Bereich bietet. Ich denke vor allem an den innovativen Gründergeist in anderen Ländern. Auch hier haben wir viel getan, da können wir aber noch eine Schippe drauflegen. Auch die Konkurrenz im Fernost mit immer höheren Ausgaben in Forschung und Entwicklung, der globale Wettbewerb wird gerade im digitalen Zeitalter immer schärfer und eine größere Herausforderung. Wir sehen, es bleibt noch einiges zu tun, um Deutschland nicht nur als Innovationsmotor innerhalb Europas zu stärken, sondern auch im globalen Kontext bzw. Wettbewerb Spitzenpositionen zu erhalten. Wir haben gemeinsam das 3-Prozent-Ziel bei den Investitionen für Forschung und Entwicklung erfolgreich umgesetzt. Aber natürlich, Kai Gering, wollen wir uns neue ehrgeizige Ziele stecken und peilen natürlich mittelfristig ein Ziel jenseits der 3 Prozent an. Alles andere wäre ja auch falsch. Konkret wird es dabei darum gehen, zusätzliche Mittel in zukunftsweisende Schlüsseltechnologien zu investieren, wie zum Beispiel die Digitalisierung, die Mobilität, die Gesundheitsforschung, Energie oder autonome Systeme, Robotik, Stadtentwicklung, um nur einige zu nennen. Und die gemeinsam deshalb wichtige Bausteine auch der Hightech-Strategie der Bundesregierung sind. Der Bund hat in den letzten Jahren seinen Beitrag zu einem weiteren Aufwuchs der Forschungsausgaben im Rahmen dieses Ziels geleistet. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen eines nicht vergessen. Der größte Teil dieser Ausgaben trägt doch die Wirtschaft selbst. Ein Aufwuchs bedeutet somit eine weitere große Herausforderung auch für unsere Betriebe. Und lassen Sie mich sagen, es gibt rund 3,6 Millionen kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland. Das sind rund 99 Prozent aller Betriebe in unserem Land. Viele von ihnen sind unglaublich innovativ unterwegs. Da sind diese Daniel-Düsentriebs, von denen hier heute schon gesprochen wurde. Und deren Leistungskraft kann uns gerade deshalb nicht egal sein. Die Förderung dieser Unternehmen in ihrer Entwicklungsarbeit hat einen historischen Höchststand erreicht. Und doch ist die Innovationsquote in der Fläche gesunken. Damit müssen wir uns befassen. Dies mag damit zu tun haben, dass aufgrund der guten Konjunkturlage der ein oder andere den Druck nicht spürt, etwas zu verändern. Hier müssen wir ermuntern. Aber gerade bei der Digitalisierung tun sich auch manche Betriebe noch immer schwer, die Herausforderungen in ihrer Dimension zu erkennen und umzusetzen. Und ich bin dem Ministerium mit Johanna Wanka an der Spitze dankbar, dass es gemeinsam mit uns frühzeitig reagiert und gezielt Programme auf den Weg gebracht hat. Auch die bisherige Projektförderung für und in innovative Unternehmen hat sich bewährt. Wir wollen sie weiterentwickeln. Wir wollen sie aber auch als Forschungspolitiker um das Element einer steuerlichen Förderung ergänzen, wo immer es um den Einsatz von innovativen Entwicklungen geht. In der Tat sehen wir hier ein ganz wichtiges Element. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen vor allem, nicht nur aus Politik, auch aus Gesellschaft, Unterstützung, wenn wir unser einzigartiges Innovationsmodell, erfolgreiche Geschäftszweige, kleine, mittlere und große Unternehmen, tolle neue Ideen, aber auch unser Ruf in Verbindung mit Qualität, Präzision und Gründlichkeit in Zeiten eines massiven Wandels erfolgreich weiterentwickeln wollen. Wir haben in diesem Hause in der vergangenen Legislaturperiode viel bewegt. Lassen Sie uns in den Bemühungen nicht nachlassen als Voraussetzung für den wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Wohlstand in diesem Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Patricia Liebs. Nächster Redner Dr. Ernst-Dieter Rossmann für die SPD-Fraktion.